Hi, hier ist Felix von Team Globschie24 und heute mit einem Deck-Profile von meinem Aufziehdeck. Ja, ich fange einfach mal an. Ja, ich spiele dreimal den Aufziehmagier. Den bekomme ich wahrscheinlich schon einmal. Ja, das ist die Schlusserkarte halt. Dann dreimal Aufzieh-Deldat. Kommt man schon auf Adrios. Oder Trias. Genauso wie mit dem Hund. Dann die Schnecke zweimal. Finde ich sehr gut. Der Effekt ist nicht schlecht. Und den Aufzieh-Di-Jongleur. Effekt ist auch ganz gut. Okay, dann zweimal den Beschwörungs-Mönch. Ich finde die Karte sehr gut. Man kommt leicht auf die neue Karte. Das neue Exit, ich weiß nicht wie es heißt. Weil man kann ihn specialen. Dann kann man sich ihn holen. Und dann kann man sich zum Beispiel ein Aufzieh-Di-Jongleur holen. Und kann dann halt diesen Ritter da machen. Dann zweimal Birdman ist auch nicht schlecht. Auch mit Beschwörungs-Mönch. Kann man schnell Sima machen. Dann einmal diesen Goblin-Berg. Ja, ist einmal nicht schlecht. Zweimal schon wieder zu viel. Dann Gagaga-Magier. Auch sehr gut. Und Zauber-Lacher. Ja. Dann geht es wieder mit den Zauberkarten. Da spiele ich dreimal die Fabrik. Ja, brauche ich noch zweimal. Wer hat, bitte melden. Sehr gute Karte. Ja. Zweimal den Pott. Muss klar sein. Der Verträger ist auch klar. Verbotene Lanze. Zweimal eines Tee. Bruch des Mondes. Schwerer Sturm. Wiedergeburt und schwarzes Loch. Ja, das muss ja alles klar sein. Dann Zwangsevakuierungs-Reit. Ja, ist sehr gut. Kann die eigene Monster zurück auf die Hand geben, um den Effekt normal zu aktivieren. Oder auch einfach Gegnerische-Monstern. Dann zweimal Deeprissen. Auch. Läuft sich auch selbst erklären eigentlich. Ja. Einmal. Sieben Werkzeuges-Banditen. Hof der Gejagten. Ernste Warnung. Den Ultra. Feierliches Urteil. Spiegelkraft. Und BDH. Ja. Müsste eigentlich alles. Der Rest jetzt klar gewesen sein mit den Zauberfallkarten. Ja. Also, wer die Karten hat, die ich brauche, bitte melden. Und ciao.